Ich stehe jetzt hinter der feindlichen Garnison. Wenn nur einer umdreht, bin ich tot. Mal gucken, ob ich da rankomme. Nein, der hat mich übersehen! Die Garnison ist weg! Sehr geil. So, jetzt werde ich den Leuten hinterher. Ja, ich gehe mal einen Scroll aufmachen. Die sehen mich nicht! Ich töte jetzt hier alle! Okay, warum ist jetzt Bot auf? Die Garnison ist in der Gange. Ey, drei Ninze und elf Schüsse, bevor ich einen soeren Typen töte. Hier kommt kein Panzer mehr. Dann bin ich tot. Wir haben einen Panzer für uns. Das ist gut, ich werde auch mit in den Squad von ihm reingehen. Achso, dann bin ich alleine, oder? Dann komm doch mit in den Squad. Warum ist er dann nicht hier geblieben? Kein Plan. Wahrscheinlich, weil wir jetzt als Infanterie gut vorankommen. Was weiß ich. Achso, er ist ein Infanterie... Ja, dann versetzt sich... Ich hatte jetzt hier nur das mit der Garnison und den ganzen Spielern, sonst wäre ich auch schon drüben. Ich habe jetzt hier eine Milchung. Das ist es schämt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020